Heute gehen wir Barsch angeln vom Ufer und unsere Mission ist, einen 45-plus-Barsch zu fangen. So, First Cast. Ganz wichtig bei First Cast TV. Hier, Barsch bei mir. Oh, they're hunting. They were hunting on the surface. Gestern noch in Malle gewesen und jetzt hier am Set. Ich bin noch nicht ganz bei Kräften. It was like three turns of the reel and like boom. Fisch, Barsch, Big Barsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von First Cast TV. Heute gehen wir Barsch angeln vom Ufer und unsere Mission ist, einen 45-plus-Barsch zu fangen. Bart, Sebastian, Vekki und ich. Mal gucken, ob das was wird. Ich glaube, weil wir auch für die Perch Pro trainieren, machen wir ein bisschen Topwater, aber auch Powerfishing. Ihr seid dabei. Los geht's. Wir fangen mit dem Twitch-Bread an. Mit unserem Mad Max M-Air, den großen. Große Barsche wollen wir fangen. Letzten Tage mochten die sehr ruhige Kühlerführung und das Schöne ist, ein Twitch-Bread kannst du halt so ein bisschen Hybrid, den kannst du halt auch total ruhig führen. Und ja, und das mache ich jetzt. Buddy, hast du auf so einen Neon schon gut Barsch gefangen? Ja. Ich noch nie. Deswegen hätte ich jetzt einen anderen dran gemacht, aber dadurch, dass es hier auch relativ trüb ist, habe ich irgendwie Bock, den zu fischen. Ich mag die Farbe irgendwie. Auf Zander und Hecht, eine Macht. Mal gucken, ob auch auf Barsch. So, First Cast. Ganz wichtig bei First Cast TV. Hier vor mir hat gerade was geraubt. Was auch immer das war. Das war ein Fisch. Ich fange mit dem Crank an. Nach langer First Cast TV-Pause geht es jetzt auch endlich für mich wieder weiter. Gestern noch in Malle gewesen und jetzt hier am Set. Ich bin noch nicht ganz bei Kräften, aber für einen Angeltag sollte es ausreichen. Hoffentlich fangen wir ein paar schöne Barsche. Die Jungs haben die letzten Tage schon richtig vorgelegt. Und jetzt hoffe ich, dass das jetzt heute genauso weitergeht. Mein Bauchgefühl ist hier überhaupt nicht gut, muss ich sagen. Das Wasser ist zu trüb. Also wirklich, wenn wir jetzt auf Zander angeln würden, würde ich sagen, super. Aber man sieht 10, 15 Zentimeter vielleicht maximal. Das ist für Barsch meiner Erfahrung nach nie so wirklich gut. Deswegen glaube ich, machen wir hier nicht so lange. Ich gucke noch ein bisschen Buddy angelt, nämlich Topwater. Ob der ein bisschen Reaktion bekommt. Aber wenn das jetzt in 10, 15 Minuten nicht der Fall ist, dann hauen wir ab. Ich fische als erstes hier den Reaper ganz nah an der Spundwand entlang. Da hat es so 20, 30 Zentimeter und die Barsche drücken dann das Fressen quasi gegen die Spundwand. Aber bisher noch kein Kontakt. Dustin wird wahrscheinlich recht liegen mit der Vermutung, dass die Barsche bei dem trüben Wasser einfach nicht aktiv sind, nicht fressen. Und wir probieren es jetzt noch 100 Meter. Und wenn dann kein Kontakt kommt, machen wir es anders. Also wenn man hier jetzt vom Ufer unterwegs ist und das ganze Schilf hier so überhängt, ist es echt tricky zu werfen. Jeder hat ja immer eine starke und eine schwache Seite. Und da kann ich euch nur empfehlen, übt auf jeden Fall auf beiden Seiten werfen zu können. Weil das gibt euch einen riesen Vorteil, die Spots hier sauber befischen zu können. Weil überall hängt Zeug im Wasser. Und umso genauer, umso präziser ihr die Köder präsentieren könnt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr am Ende auch Erfolg habt. Und da geht es beim perfekten Wurf gerade an solchen Stellen hier eben schon los. Und deswegen wirklich üben, dass ihr sauber präzise werfen könnt. Weil oft gerade beim Topwater Fischen hat man nur eine Chance und die muss dann auch genutzt werden. Also ich hatte jetzt gerade hier an dem letzten Stück, kurz bevor ich umdrehen wollte, noch einen Kontakt. Aber ich konnte es nicht sehen, weil der hinter dem Büschen da verschwunden ist. Ich habe es nur gehört, aber er blieb leider nicht hängen. Schade, war der erste Kontakt jetzt. Vielleicht auch noch ein paar Wölfe machen. Klapp mal bis. Hier, Barsch bei mir. Ich werfe nochmal. Da vorne, da wo wir jetzt gerade hingeworfen haben. Das war hundertprozentig Barsch. Jetzt gerade auf dem letzten Wurf. Hier vorne noch einen Biss gehabt, ein kleiner Barsch. Wahrscheinlich so zwischen 25 und 30. Ich versuche es jetzt noch einmal und dann werden wir aufbrechen und an einen anderen Spot fahren. Den Spot kennen einige von euch schon. War schon mal in der Folge und hat mir viele schöne große Barschen gebracht. Nicht in der Folge, aber in anderen Folgen, die noch kommen werden, wird man das sehen. Hier nochmal ein Shoutout zu Bart. What's the name again in Dutch? Blockhoodboats.nl Blockhoodboats.nl Das sind Hausboote, die man hier auf der Mars buchen kann. Die sind richtig, richtig cool. Als Angler, einen Angelurlaub hier auf der Mars zu machen, lohnt sich richtig. Guck mal in die Videobeschreibung. Blockhoodboats.nl Richtig gut. Guckt mal, geht mal da hin. Angelt da mal ein bisschen. Super geil. Also wirklich jetzt, kein Scheiß. Los geht's. Nächster Spot. So, wir sind jetzt hier im Spot angekommen. Ich werde es als erstes jetzt hier mal mit einer Mad Max versuchen. In einer der neuen Farben. Wenn ich so einen Spot nicht kenne, versuche ich es als erstes eigentlich immer mit Powerfishing-Methoden. Einfach um rauszufinden, ob die aktiven Fische jetzt gerade Bock haben. Es ist meistens schneller und einfacher zu finden. Und wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich was für einen Krebs, den Carolina-Rick oder Dropshot, um hier das Ganze langsam auszufischen. Da wir ein paar Jungs sind, können wir unterschiedliche Techniken ausprobieren. Und dann wird einer von uns, denke ich, relativ zügig rausfinden, was gerade läuft. Ja, so gehe ich an die einzelnen Spots immer ran. Ich ging zum Ende des Rufs, nicht in den Händen, nur ein bisschen mehr kürzend. Und ich versuche, die Chatterbait zu powerfischen. Ich hoffe, dass es etwas macht. Wir haben hier einen großen Fisch getroffen. Also, wir werden uns das beste betroffen. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel kürzend für meine kleine Chatterbait. Ich hatte hier ein kleiner Biss hier in der Körner, auf der Freerick. Es ist total heiß hier, Mann. Was in die Hölle? Die Jungs habe ich gerade beobachtet. Die machen alle Powerfishing. Und die letzten Tage haben aber doch gezeigt, dass eigentlich Finesse ein bisschen besser funktioniert hat. Langsam fischen. Deswegen gerade habe ich ein Net dran. Wird jetzt nochmal auf Carolina wechseln mit einem Raven. Und mal gucken, was geht. Eigentlich habe ich hier an dem Spot echt ein richtig gutes Gefühl. Aber heute ist ein komischer Tag irgendwie. Mal sehen. Oh, sie waren auf der Barsche. Es war das gleiche, als ich sie gefangen habe. Erinnerst du? Sie sind noch hier. Ja, wie schon so oft hier, haben sie plötzlich angefangen, die Barsche, die kleinen Fische an die Sprundwand zu drücken und topwater-mäßig zu angeln. So habe ich hier schon oft Barsche gefangen, weil sie sich so verraten haben. Diesmal hat es nicht geklappt. Ganz schön tough bisher. Fische nicht sehr aktiv und Bart hat jetzt noch eine gute Stelle, wo wir als nächstes hinfahren. Mal gucken, ob es da besser läuft. Wir waren auf der Ferry, weil Dustin wollte ihn auf der anderen Seite gehen, weil er mehr Vertrauen in die andere Seite hat. Aber ich habe gesagt, ich möchte ein paar Kuss machen. Und auf der ersten Kuss... ...nice Fisch. Es waren drei turns auf die Reel, wie BOOM! Nice auf der Chatterbait. Mit dem Needle. Needle Trailer. Really nice Fisch. Nice healthy Summer Perch. Great job, Bart. Bam! Awesome. Next one. Let's go. Let's wait for the next Ferry. Bart, did you measure it? Yeah. How big? No, I didn't. We have a competition today, a mission, so you didn't measure it? It wasn't 45. No? No. Ah, okay. But nice. Good, good, good. Ich glaube schon, dass wir hier noch einen fangen können. Bart hat gut vorgelegt und Dustin kennt den Spot auch schon. Hoffen wir mal, dass jetzt noch ein, zwei Barsche kommen. Weil wir haben schon gleich 17, äh, bald 19 Uhr schon. Krass. Bleibt nicht mehr viel Zeit. Nein. Ich hatte einen Biss, glaube ich. Biss? Ja. Welcher Köder? Gobi. Schade, ey. Da ist eine richtig krasse Kante dann nach oben, gell? Ja. Noch nicht gesehen, aber es sieht hier so aus, ja. Süß. Geil. Ich liebe das. Wir fangen die Fahrt an den anderen Seite, fangen wir für ein bisschen an den anderen Seite der Ferry. Und dann haben wir noch einen Spot. Ein schönes. Eine große Barsche. Ich hoffe. Dustin ist mit dem Auto vorgegangen. Jetzt geht es auf die andere Seite und dann kommen hoffentlich jetzt noch ein paar Barsche mehr. Der Barsch von, äh, von, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, von Bart. Von Bart war es schon sehr gut. Aber davon bräuchten wir noch zwei, drei Stück. Schwierig heute. Die letzte Tage ist echt richtig, richtig gut. Aber es ist natürlich ein anderes Gewässer, weil wir für Perch Sport trainieren. Da gibt es ja auch einen Ufertag. Das wird es vielleicht nicht sein. Aber jetzt muss ich erst mal bezahlen. Hier. Ja. Ja. Die Jungs machen hier Quatsch. Ich probiere, ich bin jetzt schon sehr oft gut mit einer Tube gefangen, das probiere ich jetzt mal. Einfach um was anderes zu machen. Das ist echt super zäh. Aber. Ein Fisch kann genug sein. Ein Fisch. Und die Mission ist erfüllt. Und genauso ist es in der Perch Pro. Ein Fisch kann reichen, um drei Punkte zu kriegen. Zwei. Zwei Punkte. Und wenn du den dann noch auf Topwater fängst, sind es vier Punkte. Weil du dann den größten Topwater des Tages hast und den Topwater. kannst du, wie ich es letztes Jahr auch war, mit einem Fisch das ganze Turnier gewinnen. Das heißt, all in or nothing. Super secret spot. Da ist ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, zehn, eleven, twelve, thirteen, thirteen, fourteen people fishing here. Crazy. There must be fish. Was angelst du? Cheddar bird. Fisch. Perch. Big Perch. Wo ist der Kescher? Fuck. Warte, weißt du, haben wir einen Kescher draußen? Ist egal, ich hab so. Aber Measureboard brauchen wir. So. Auf die Tube. Der hat sich aber nur raufgelegt. Ihr habt das richtig gemerkt. Siehst? Ist zwar hier am Maul gehakt, aber von unten rein. Ja. Wunderschöner Fisch, aber das ist nicht 45. Aber er ist nicht weit weg davon. Doch, ich glaube, der ist 42. Max. Ja, 43. 43,5. Wunderschöner Fisch, aber nicht das Ziel. Hui. Mhh. In der Perch, wo würde ich mich trotzdem darüber freuen. Yes. Wie sagen wir das denn? Und Tube. Ist King. Ganz oft hat es mir schon gute Fische hier in der Maß gebracht. Jetzt auch wieder. Und guck mal, was er ausgespuckt hat. Ganz kurz. Das ist die Nahrung der Barsche hier. Relativ klein. Richtig schöner Fisch, aber noch nicht das Tagesziel erreicht damit. Wir bleiben am Ball. Aber die Zeit rennt. Wir haben gleich 20 Uhr. Boah, Leute. Keine Lust mehr. Hier sind einfach bestimmt zehn Angler. Nächster Spot, auch wenn wir hier einen gefangen haben. Aber für das Turnier wissen wir, hier kann man mal hinkommen. Ist halt auch Freitagabend. Klar, Leute haben frei. Morgen ist Wochenende. Angeln viele. Wir haben einfach so viel Vertrauen hier zu dem Spot, dass wir nochmal zurück sind. Mal gucken. Das ist, glaube ich, der letzte Spot, die letzte Chance noch ein 45 plus zu fangen. 43,5 war der größte heute. Und doch fast der einzige, glaube ich. Aber ja, wir gucken mal. Oh, da hat es gerade geraubt. Da hat es gerade geraubt. Ja. Hat es geraubt da, Veki? Ja. Hat es direkt jetzt vor meinen Füßen geraubt. Ich habe jetzt leider nicht den idealen Köder, um hier vertikal ein bisschen rum zu punchen. Ich habe ein Shatterbait drauf. Ah, das ist doch immer ein gutes Zeichen. Die Jungs sind auf jeden Fall irgendwo hier da. Ich lasse den jetzt einfach mal runter bis zum Grund. Boah, wie geil wäre das, wenn der jetzt einstreckt. Big one? I don't know. You don't know. Did you feel it? No, I just saw it. Ah. Ich habe hier alles in meiner schönen neuen Planobox untergebracht. Die bekommt ihr übrigens auch bei unserem CMW-Online-Shop. Da haben wir eigentlich fast alle Produkte, welche wir hier in den Videos verwenden. Auch im Shop extra in der First-Cast-TV-Kategorie. Und jetzt habe ich mir hier den kleinen Dart-Chick mit einem Split montiert. Vielleicht ist das jetzt der Game-Changer. So. Es wird dunkel. Das wird der letzte Wurf. Wir sehen uns nächsten Sonntag beim zweiten Teil dieser Serie. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Liken, kommentieren und abonnieren wie immer. Schaltet nächsten Sonntag ein, um zu sehen, ob wir den 45-Plus-Basch vom Ufer fangen konnten. Also haut rein. Schönen Start in die Woche. Bleibt gesund. Ciao.